So, wie Sie hier sehen, das ist das DCF-77 Modul, der Empfangradio Welland von Frankfurt und das ist angeschlossen an Android und ein 7-Segment TM1637. Der Receiver ist an einen Oscillotop angeschlossen und wie Sie sehen, die Sekunden hier, die Sekunden hier, werden durch einen Oscilloskop angezeigt und das ist das gleiche, was wir hier sehen, wie Sie sehen, dass die Live-Daten von Frankfurt und die werden hier 1 zu 1 angezeigt am Oscilloskop. Die Zeit ist schon bereits synchronisiert und das hatte es circa drei Minuten gedauert. mit dem 3 6 1